Faszinierend ist für mich die Schnelligkeit von dem Ganzen. Dass so ein Projekt innerhalb von einem halben Jahr eigentlich komplett abgewickelt ist, vom Entwurf bis zum Rückbau auch wieder und Einlagung in unserem Lager vergeht eigentlich fast nie mehr als ein halbes Jahr. Jede Messe hat eine andere Aufgabe zu erfüllen, jeder Messestand hat eine andere Aufgabe zu erfüllen, und dieses Storytelling, was ein Messestand auch machen soll, das hat sich schon verändert in den letzten Jahren. Es ist viel mehr geworden. Meine Leidenschaft fürs Auto? Ja, mein Vater, auch schon Kfz-Meister gewesen, quasi reingeboren und seit dem 16. Lebensjahr in der Kfz-Branche tätig. Also für mich kam auch nie was anderes in Frage. Mit Autos am Auto, immer mit Autos groß geworden. Ich muss jetzt nicht sagen, ich muss jetzt 20 Autos am Tag durchhauen. Bei mir ist einfach wichtig, dass ich auf Qualität gehe, Premium-Produkte einsetze. Ich bin jetzt auch Castrol Service-Partner seit diesem Jahr. Und ja, einfach wirklich Produkte zu nehmen von Marktführern, um einfach die Qualität und die Standards hochzuhalten, dass man auch nicht alles verbaut. Den Mehrwert, den ich durch das Expertennetzwerk habe, ist, dass ich sowohl auf Kunden- als auch Lieferantenseite neue Partner finden kann. Somit auch Geschäftsfelder erweitern, sowohl von meinem Betrieb, Geschäftsfelder erweitern, als auch von den Expertennetzwerk-Kollegen, die dann die Möglichkeit haben, unsere Expertise mit aufzunehmen in ihr Portfolio, genauso wie ich das Können der Experten nutzen kann, um mein Portfolio zu erweitern. Früher schon andere Netzwerke mitgemacht und dann haben wir uns mit mehreren Unternehmern zusammengeschlossen. Somit bin ich auch Gründungsmitglied vom Expertennetzwerk geworden. Man bekommt Empfehlungen, man gibt Empfehlungen. Es geht auch über das Business hinaus. Es ist eine große Familie, man kennt sich auch privat, man trifft sich schon mal. Es ist einfach perfekt.